So, liebe Leute, hier haben wir den Arvid, das letzte Wäldchen, der kein Wäldchen mehr ist, von einem Wurf. Ihn hat bis jetzt niemand wollen, was super schade ist. Ein sanfter, sehr lieber Rüde, mittlerweile auch 20 Kilo. Wir sehen, er ist hier in einem Pulk von Babys, großen Hunden, der Luciana, alle sind hier rund umherum und er kennt mich nicht, deswegen ist ein bisschen verhalten, aber er ist ein wirklich ganz reizender Hund, sein Bruder hat es jetzt geschafft und ich hoffe, dass dieses Video und die Fotos, die neuen, ihm vielleicht auch zu einer Familie verhelfen, gell Schatz? Ja, Fotograf, also ja, das Handy im Gesicht ist natürlich auch nicht lustig. Also, das hier ist unser Arvid, ein schwarzer, junger, hübscher Bub, nur fünf Monate alt, jetzt schon 20 Kilo. Liebe Leute, lasst ihn nicht zurück, lasst ihn nicht groß werden hier, es wäre wirklich zu schade.